Herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Hier auf meinem schneiden Schlossnagervlog. Ich nehm euch mit. Vergesst an alles mögliche Fahrt auf den Weekend hin. Ich pack grad meinen Koffer. Zeig ich euch gleich. Viel Spaß mit dem Vlog und wir sehen uns beim Kofferpacken. Grunde fast. So was ich mitnehme. Komforte, Socken, Maske. Boy, the huge hoodie. Weg damit. Dieser Hoodie zum Schälen. Das zum Schälen so ein leckes Shirt. Das ist das, wie Badek. Das neue 25 Euro kostet. Dann hier Weekday. Diese coole Hose. Weiße Leinenpins. Vielleicht weiß ich was, wo das mache. Super Viper Hoodie. Passend zu dieser Hose. Die nehm ich auch mit. Diese Alidas Hose und mein Nackengüssen. Die Sachen kommt wieder rüber. Das ist den Mund. Sauerwaffeln. Gummibärchen. Gummibärchen. Tschüss. Waschen wir ab. Hier der Ventilator. Hier ein bisschen schnau. Hier die ganze Auflaufen machen. Kuppler Gimbal. Powerbell. Powerbell. So gut. Yay. Heute alles fertig. Hier Elektronik. Masken. Ich habe so eine Sonnenbrille. Süß gern. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Pack ich jetzt alles ab. So, erst. Toilgepackt. T-Shirt und so. Und wir sehen uns beim zweiten Teil. Vierderteil. Hose und Bundeskarte. Vierderteil. Hoodie. Hose. Machenhose. Fuck. Keine Ahnung, wie Vierderteil. Hoodie. Bewe Pulli kam dazu. Top gepackt. Top. Jetzt den Rucksack. Rucksack, Rucksack. Mein ganzes Süßkern. Hier ist Parfum. Desinfektionsmittel. Sonnenverlust. Masken. Alles. Leute. Hier mein Rucksack gepackt. Auffahren mit allen Klamotten. Six-Band-Bag ist dabei. Dort kommen noch die Elektronik rein. Später und alles ist fertig. Falls man mich hört. Ich gehöre. Penis. 22. Heute war ganz schöner Tag. Achtstund Schule. Einkaufen. Essen. Morgen. Geht's nach Schlussstag. Direkt nach der Schule. Geht's los. Ich nehm euch. Auf jeden Fall. Neidwis. Jetzt geht's zur Schule. Dann geht's nach Schlussstag. Wir sehen uns. Auf der Autofahrt nach Schlussstag. Wir kamen auf meiner Schule wieder. Jetzt geht's nach Schluss. Heute noch eben im Supermarkt. Dirty Pfirsich gekauft hat. Gucken wie das schmeckt. Lecker. Probier ich mal Dirty und Chili-Chili. Pfirsich schmeckt halt Pfirsich. Ist halt okay. Ja ist lecker. Dirty Pfirsich. Ich bin jetzt Leute. Ich bin jetzt da. Ich zeig euch später alles. Dahinten ist Schluss. Danke. Hier ist einfach ein See. Ich geh jetzt zu diesem Park da hinten. Wir sehen uns. Ich springe einmal in die Luft und bin ich da. Hier ist Halfpipe. Tschüss. Oben auf der Halfpipe. Yo Leute. Ich traue mich nicht. Jetzt geht's wieder zurück. Jetzt geht's in ein Zimmer. Später kommt noch eine Mini-Room-Tour. Ach, der Mann. Ich bin besser gar nicht. Safe. Ich bin zu null. Ich war jetzt ein bisschen Roller. Bin jetzt auf jeden Fall da. Die Room-Tour ist ein extra Video. In ein richtig cooles Haus. Mit Sofa. Alles. Drei Räume. Richtig luxuriös. Seriös. Tschau. Ich bin wieder da. Ein Zimmer. Hier ist ein zweites Zimmer. Hier ist mein Zimmer. Hinter dieser Tour ist noch ein drittes Zimmer. Das zeige ich nicht. Leute, hier die Karten. Ich geh jetzt in den Park. Nehm euch ein bisschen mit. Da packt er noch eine halbe Stunde auf. Buckst du ohne Kamera? Leute. Einfach Wasser-Ski, Digger. Einfach diese anders nice See. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Handy hat nur noch 11%. Hier geht's rein. Das ist hier cool. Nice ist Schluss. Popcorn und Slash. Leute. Der Park war richtig gut. Deswegen konnte er mit der Clam. Keine Ahnung. Ob die Quali gut ist. Egal. Die Quali ist scheiße. Aber egal. Leute. Ich glaube, die Quali ist jetzt ein bisschen besser. Die Wohnung von außen. Zeige ich euch schon mal. Hier sind die Roller. Und dann film ich gleich, wie ich hier ankomme mit meinem Teller. Und Leute. Das ist das Essen. Richtig, richtig nice. Alles mögliche. Das Essen wird sich jetzt gegönnt. Spongebob. Spongebob. Qualität besser? Jetzt geht's pennen. Hier noch ein paar Pringeln. Morgen um 8.30 Uhr wird aufgestanden. Morgen geht's in den Freizeitpark. Und good night. Ich hab gerade schon ein bisschen gefrucht. Der Freizeitpark macht bis 20 Minuten noch. Ich geh so früh wie möglich hin. Mach mich jetzt fertig. Leute. Jetzt geht's in den Freizeitpark. Als erstes gedacht haben wir angefahren. Und ja. Einfach wieder in Buxte. In der Achterbahn darf man nicht filmen. Deswegen werde ich auch nicht filmen. Hier ist sogar Pfandekuchenhaus. Da oben ist Achterbahn. Da fahr ich gleich mit. Hier geht's so hoch. Hier kann man über die Verstecken spielen. Da darf auch irgendwo rutschen. Die Schlange ist so lang. Achterbahn war voll cool. Leute, in diesen Box sind wir gefahren. Das war richtig cool. Leute, jetzt muss ich aber auch rin. Hier gibt's sogar so ein Spieleland. Spielhalle. Let it go. Let's go. Ich bin hier oben drauf. Ich bin hier irgendwo hochgeklettert. Ich rutsche jetzt. Oh, ich bin hier gerade rübergerutscht. Das hat so weh. Tschüss Schilling. Ich krieg das nicht Geräusch. Chillig. Gar nicht hoch. Chillig, Leute. Ich check das nicht. Ich check das nicht. So ein Drehteil. Da ist die Achterbahn. Oh, ich hab Sorgen. Das ist Kappa. Hoch. Runter. Hoch. Chillig. Und tschüss, Leute. Was gehört? Hey, skiskel. Das ist mein Kumpel, man sieht nur das Bein. Dritte Runde. Leute, das ist so chillig, chillig. Jetzt noch mal runter. Mach die Beyblade. Aufnahme gesehen, hier ist das Boa. Chillig. Mach sofort dieses Warnschuss. Vierte Runde. Spin your head right, right? Fünf Runden, dieses Autoscooter hat mir mega Bock gemacht. Jetzt wieder hier. Wow. Einfach Autoscooter. Richtig cool. Fahre ich auch gleich. Jetzt erst mal Softice. Leute, hier erst mal Softice mit bunten Streuseln. 2,50 Euro. Übelst teuer für so nice. Aber lecker. War so lecker. Jetzt kletter ich hier einfach rum. Oben. Da hinten ist die Achterbahn. Da ist so viel los, deswegen ich will mich nicht noch mal anstellen. Tusch einfach gar nicht. Der Keller hier. Überall durch. Das ist gar nicht chillig. Hier ist Rutsche. Egal, ich bin zu groß. Ich bin hier einfach im Gefängnis. Hier sind einfach... Was ist das? Noch im Auge, Brudi. Wettste Lied, Leute. Ich bin hier einfach gedreht. Ich bin hier einfach gedreht. Ich bin hier einfach mit dem Trampolin. 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 Heute wohl reiten war ich ganz cool. Ich frag mich, wie jemand 90 Sekunden geschafft hat. Das ergibt keinen Sinn. Ja, und jetzt geht es in den anderen, wo ich gestern schon war. Ich bin hier einfach so voll. Ja, kein Bock. Wasserrutsche. Da filme ich mich. Leute, das hat euer Bock gemacht. Das ist ja richtig, richtig cool. Wir laufen und dann rausspüren. oh mein gott jetzt kommen wir zurück der hält in diesem modus kann nicht heran oder weggesucht leute diese bahn war richtig cool ihr habt im weitwinkel gesehen war ja richtig für es gar nicht heute hier ist noch ein slush gut einfach krombacher becher cola blaubeere apfel kirche alles richtig richtig das los ist voll lecker ist genau von großen der kurz einfach gefühlt dreimal so viel obwohl weniger drin ist als in zwei von dem macht gar keinen sinn da hat man so einen coolen becher ich bin wieder oben endlich lang nicht mehr gemacht dieses drehtal hier wurde kielig hier oben so zielig hier die achte aber ich glaube ich fahr gleich mal damit heute dafür schon wieder stelle ich will ich dieses hey blade artikel jetzt die rutsche leute erst mal eine zuckerwatte holt nächstes essen software zuckerwatte alles heute hier richtig nice zuckerwatte die sind echt fresh es geht zurück alles klebt so ich muss meine hände waschen und hier einfach im schloss leuten die kleben nicht mehr ich bin wieder hier gleich geht ein schwimmbad später noch mal achterwand fahren einfach meine hände immer noch im schloss leute ich bin ein bisschen heiser heiser gleich geht es nur ab mir schon mal liegt was ich hole ich und mir eben schnitzel mit dem pfefferrahmen soße richtig nice ich nehme euch ein bisschen mit ihr train noch ein bisschen und dann sehen wir uns wenn ich das essen noch esse leute bin jetzt im restaurant hat mir ein schnitzel bestellt mit pommes so mit pfefferrahmen soße richtig lecker fehlen mir jetzt nicht mehr so viel weil ich jetzt familie und so ja tschau einfach nachts in der spiel hatte leute einfach noch ein flasch leute das war richtig cool das flasch war lecker essen war übrigens auch lecker 9 von 10 alles das war easy tschau heute bin jetzt wieder at home schloss jetzt mal ein bisschen peace vielleicht geht es in zwei zeitpark jetzt fürchte mich noch ein bisschen jetzt geht es in den park ich nehme euch ein bisschen mit hier ist der sehlich ich bin jetzt im park richtig tschuldig erstmal die steile rutsche rutschen gar kein bohr let's go tschüss jetzt geht es zum autoscooter leute wieder auf diesem drehtal richtig leute lang nicht mehr gemeldet haben wir einen slush geholt erdbeer weidmeister ist mega lecker blaubeere diesmal auch noch cola vierten oder fünften slush holen vielleicht noch mal autos guter vongar richtig nice slush war wie immer lecker jetzt geht es zum achterban Vielleicht kommt ein kleiner Shot. Hier ist alles so richtig cool. Tschau. Die Achterbahn war richtig cool. Wir haben das beste Schloss. Warte, ich rutsche jetzt die Rutsche, die Schuhe tue ich hier rein. Alle Klamotten, die ich mit habe, warte ich eh nicht an. Juhu. Und jetzt, wartet. Ich komme! Hier fliegen die Schuhe einfach raus. Mein Fuß tut so weh, ich bin so viel gelaufen gestern. Ich bin bei dem Laden beim Auto, das glaube ich einfach am meisten hätte ausgegeben. Und meine Hose ist mega, nachdem ich mich irgendwo reingesetzt habe. Jetzt hole ich mir eine Cola oder sowas. Doch keine Cola, besser ein Eis-Tier, tschillig. Warte wieder in diesen Teil. Warte, das ist einfach totes Schillig. Leute, das ist übelchillig, ich feier das. Für 10 Tonnen auf dem Scooter gar keinen Bock. Autoscooter! Jetzt geht es auch gleich unsere Runde, fahre ich nach Hause. Hier ein Eis, kein Lippe-Cola, richtig nice, gönne ich mir jetzt. Und jetzt geht es gleich nach Hause, Leia. Tschüss, Boxstuhlosee. Jetzt geht es nach Hause, ich bin dezentraurig. Tschau. Tschüss ihr alles, ich bin traurig. Ich bin gleich zurück, esse auch noch eine Porsche auf Nudeln. Das ist mir chillig. Leute, ich bin wieder at home. War neuestes Wochenende. Das war chillig. Jo. War hoffentlich auch nice. Das ist ein Like und Abweck dabei. Ja, jetzt tschüss ich ein bisschen und tschau 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 tschau. Tschüss. Tschüss.